Meine Färben. Was ist mit dir los? Nix. Papa, jetzt bist du über 50 Jahre mit der Mama verheiratet. Was glaubst du, es dir dabei geht, wenn du auf einmal mit deiner Jüngeren herumziehst? Heißt du, ich hätte selber nicht geglaubt, dass mir sowas passiert, nicht? Ich leb nicht mehr lange. Doch, nicht mehr 20. Guten Morgen. Morgen. Wir suchen für einen Erstbezug. Ah ja, na gerne. Für die Enkel, ne? Ja, für ein junges Paar. Ich hab euch etwas mitgebracht. Polizei! Gegen den Willen, bringen Sie die weg! Schafft es uns den Wahnsinn irgendwie? Nein, ich pack's nicht. Papa, du machst Schluss damit und wir reden nicht mehr drüber. Wir haben uns eben verliebt, die Rosa und ich. Alle glauben, alte Leute haben keine Gefühle mehr. Von sowas lasse ich mich nicht klein kriegen. Das ist einer der Vorteile des Alters. Man wird unsichtbar. Was bin ich? Was bin ich? Das ist einer der Vorteile des Alters. Ich denke auf den Weg. Nein, das ist eine der Vorteile des Alters. Untertitelung des ZDF, 2020